Hallo und herzlich willkommen zurück zu Payday 2. Bei uns ist gerade was schief gegangen. Also wir haben gerade den ersten Tag von Kunstgriff gemacht. Das Problem ist nur, wir haben alle die Verbindung verloren und dadurch ist dann mein Fraps abgeschmiert und Tag 1 ist jetzt gar nicht drauf. Also ich weiß nicht wie ich es mache. Oder ich frage jetzt gleich... War nichts genau da. Naja, wir fragen jetzt halt gleich mal Moritz bzw. Yannick, was wir da machen und wenn nicht, dann machen wir jetzt nur Tag 2 und Tag 3. Und dann werde ich danach halt einen Anhang machen, dass wir dann Tag 1 nochmal erspielen in Stails und das dann nochmal als Video drunter legen. Weiß ich noch nicht wie ich es mache. Oder ich packe es halt davor, aber ohne Audiospur dann. Weil dieses wäre dann ja unnütze. Weil, ja. Oder keine Ahnung. Ich weiß noch nicht wie ich es mache. Ihr werdet es ja dann am Ende sehen. Ach man. Ach man. Also jetzt müssen nur noch Yannick und Moritz kommen. Ja, das ist ja schön in der Aufnahme drauf. Achso. Ich dachte, es ist ja auch schon, wenn ich das pausiere oder so kurz. Ey, warte mal. Ja, ich muss mich auf die Kette raus aus. Moritz schon da? Nö. Ach ja, Yannick. Dadurch, dass ich rausgeflogen bin, hat sich mein Flaps aufgehangen und ich habe Tag 1 gar nicht. gar nicht die ganze videoaufnahme ist gelöscht worden was wollen wir machen wir machen den auftrag jetzt einfach fertig das ist aber nicht nur das ist dann lasst du dir aus dem bild weg ja weiß ich schon wir machen wir das jetzt einfach ja machen wir fertig und dann wenn wir da noch mal was her machen dann nehme ich das auch noch auf und dann werde ich mich entscheiden ob ich das wohl auch nicht also aufs stelle die aufgabe jetzt hier nicht ja meine ich ja nicht aufs stelle wo ist dieses taxi nd und wieso haben wir die jetzt hier aufs stelle also nur als frage Weil wir das jetzt nicht machen können muss. Stimmt, ja. Geht nicht öfter. Stimmt, ja. Weil's ja Tag 2 ist. Und weil... Irgendwie hat's ja grad erste Aufnahme verkackt, ne? Max? Max? Warte, warte, warte. Ist nicht schuld, ja? Kann ja keiner ahnen, dass die Scheibe nicht aufgeht. Wenn man gegenschießt und gegentritt. Jetzt geht nicht so nah ans Mikro, Alter. Oh, sorry. Ja, klar. Das kann ja keiner ahnen. Hä, aber du hattest doch... Ja, du hattest den Hammer mit, aber... Ich könnt... Ich hab die Scheibe... Die Scheibe war kaputt, ja? Also so... Zerrissen. Eingeschn... Ja, ja. Ich war schon. Und ich konnte nicht durchgehen. Ich weiß nicht, wieso. Na hä, wenn's zerrissen ist, kannst du noch nicht durchgehen. Dann hab ich draufgeschlagen. Und dann ist sie aber nicht kaputt gegangen. Ja, warum ist nicht gleich auch rechts rausgegangen? Ich hab doch, wir müssen grade raus. Ist ja egal, wir haben's einfach nur geschafft. Ja. Gibt's eigentlich 7-Tage-Jobs? Nein. Schade eigentlich. Jetzt weiß ich, warum ich das Spiel auch nicht spiele. Dass es keine 7-Tage-Jobs gibt? Ja. Also... Nein, keine Ahnung. Entwickler von Payday 2, macht's. 7-Tage-Jobs. Nee, danke. Muss nicht sein. Ich denke, wenn man so einen Job sitzt, ne? Ewig. Und ich spiele das Spiel auch kaum. Wo ist denn der jetzt, äh? Das kann sich ja kacken, oder so. Er hat zu mir gesagt, wenn er noch nicht da ist, soll ich ihm eine WhatsApp anschreiben. Hab ich gemacht. Naja, hab ich ja gesehen. Komm, in der Zeit spiel ich noch mal kurz ne Runde. Clash of Clans! Clash of Clans! Clash of Clans! Clash of Clans! Das ist gar nicht klar hier. Clash of Clans! Clash of Clans! Du hast ja gerade einen Schnitt gemacht, ne? Wo ist du's? Nur an einem Spiel. Also werde ich machen, ja. Hm. Okay, die kann man es nicht in den Gemälden. Nein, mein Gott. Wer sind bereit? Die Leute des Fansus? Denn der Handler ist irgendwie irgendwie böse. Na, mach! Hör mal, Moritz. Was denn, äh, nimmst du eine Arsch? Ja, Schlange. Lappen. Deine Mutti. Ist cool. Hör mal. Hör mal. Ja, Moritz. Sag ich auch. Hör mal. Mann, Moritz, erschneidest du mal richtig? Ich hab auch was gesagt, was der Eros schneiden muss. Was hast du schon wieder gesagt? Ist der dumm, 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 ist der dumm. Wird man ein Gemälde mitnehmen? Achso. Na ja, hat er doch. Gib die Siege noch auf. Wir brauchen die Siege, dein Perfekt, Moritz. Hm. Wie siehst du denn da auch? Wo? Da unten. Da das Fell. Ja, ja. Gut. Aber ich weiß nicht. Geh ans Telefon. Hast du Geld mit? Ja. Okay, unser Dealer ist hier. Hold on for a second. Wir brauchen den Aufschrauberkarl. Ja, wir brauchen den Aufschrauberkarl. Da kommt der Aufschrauberkarl. Da kommt der Aufschrauberkarl. Aber schützt du, ja? Alles Geld gibt's kein Geld. Ah, Wolfer. Nein, Geld. Heute wieder gut, Deutsch. Okay, throw me the painting and you'll get your money. Money's coming down. Guck mal, Geld. Was ist das? Nein, raus müssen. Was ist geil, Alter? Was war ich nicht? Was denn? Ich kam wieder zurück, Pascal. Es war es kalt über den Schrauber rübergeworfen. Es ist lustig auf die Skizze, ne? Naja. Warte, ich ne mehr. Nice doing business with you gentlemen. Doors are open for you. We are missing. Was, Kyle? Jetzt kommen die Bullen. Wir runter? Oh ja. Hami, du musst runter slide, ne? Ich bin runter gefallen. Kann ich's vergessen zu sagen? Kann ich's vergessen zu sagen, dass man so lustig, dass man runter slide müsste, so und nicht einfach so vorher noch springen soll? Ich bin runter gesprungen. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Wenn du was winnimm. Wenn du was winnimm. Wenn du was winnimm. Ja, he 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 he. Wir haben alle gleich viel Leben abgezogen bekommen, außer du. Na ja, ich hab auch kein Leben abgezogen bekommen. Doch hast du. Ja. Ja. Ja, schön wir alle am Weg aussehen. Oh Franzi, grüßt. Ist der alle hinter mir? Ja, außer Markus. Haben schon. Wie hast du das gemacht, Janik? Was denn? Warum ist da schon Geld drinne? Mann, weil ich schneller bin als ihr. Hinter mir, du Fotze. Das war's mit dem Job. Das war Tag 2. Eigentlich ist er ein bisschen sehr anstrengend. Aber, da wir uns durchgesäbt haben, müssen wir uns einen großen Weg erspart, dem wir uns nicht durchkämpfen müssen. Ein großen Weg. Scheiße! Da kommen die Tisten! Nein, 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 nein. Max ist der Noob. Der Gro... Wodafuck. Dann haben wir noch. Gut geschafft. So, das war Tag 2. Tag 2, das soll's wirklich. Wir müssen jetzt Silence machen, oder? Ja. Das machen wir dann. Den müssen wir Silence machen. Ach so, wir müssen es auf dem ersten Versuch schaffen, ne? Ja. Wenn ich muss was laut probieren. Weil ich kann's nicht nur starten. Die Mission jetzt hier, weil's ein Profitoff ist. Pascal, nehm du hier deine Muni, ähm, 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 ich nehm die Rüstung mit, mit, ne? Ähm, sind die hier? Ist das meine? Ne, 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 du hast doch mal erzählt, dass du so ein Teil hast, dass du denn die Rüstung gesetzen kannst, also dass die Rüstung rauspacken kannst. Ich auch, warte. Hab ich. Gut, zum Notfall müssen wir echt kämpfen. Ja, was kennt ihr? Meinst du die Armourbag? Ja. Hab ich auch mit. Ah, magst du, ähm, Moritz, du ne bisschen, ähm, ESC mit? ESC? Jo. Zum Not-Not-Not-No-File, ne? Soll ich noch irgendwas, ähm, kaufen? Soll ich noch irgendeine Waffe mitnehmen? Soll ich ein P90? Soll ich noch irgendeine Waffe mitnehmen? Soll ich noch ein P90? Soll ich noch spiele Nasi-Kameras bauen, aber... Na, kauf mal wahr. Mhm. Welche? Am besten hier bräuchten wir eigentlich nur den Aussichtspunkt? Oder wenn wir alle Kameras haben? Oder? Ist der nicht schön geworden? Welche Kamera? Oh, sag mal. Na, auf dem Rooftop? Ne, ne, die ist doof, Max, die Kamera. Die ist gut, Max, glaub ich, die Launch. Ja, die ist. Dann sehen wir die immer alle. Ja, ich hab doch mal. Dann sehen wir die... Ja, dann sehen wir die da. Und da unten halt. Die sehen wir nicht, Pascal. Aber trotzdem nur... Ne, warte. Dann sehen wir die... Ja. Es ist okay, eine Kamera reicht. Dann haben wir aber noch vier Punkte, also wir könnten... Ich hab kein Geld mehr. Na, kacke. Ich hab nur 2 Millionen Euro. Wir brauchen... Leute, wir brauchen noch eh noch... äh, wartet mal. Na, jetzt hier. Was ist nicht mal 2000 übrig, Max? Ne, Max hat nicht, Max hat kommen Geld. Kein Geld, ja. Ja, wir wissen... Max hat ne arme Scheiß-Saube. Hallo, ich bin erst letztens vom Arbeiter am Herzenkruel gekommen, ja. Dann wird... Max sagt, das gibt mir einfach free money, weißt du. Dann kommt da an und wird vor deinem Gag enttäuscht. Ja. Äh, brauchen wir nicht noch Leichensäcke? Das ist das Leben. Ja, doch. Ich hab doch nur noch 2. Arz, das brauchen wir nicht. Granaten brauchen wir auch nicht. Ähm... Dieses Seilrutsch? Ne, zusätzlich Ab... Abwurfspunkt eigentlich auch nicht. Den Aussichtspunkt? Abwirkung. Ja, okay, können wir alles nicht. Gut. Und jetzt, wir prosecuten... Was ist das? Äh... Gott, ich bin da. Attacke. 1, 2, Attacke. Hattelhirn ist kacke. Kacke. Du grad schießt. Max... Das ist Team-Match. Das ist Team-Match. Max, machst du Kameras? Ja, ich mach Kameras. Sag mir doch. Oh Gott. Entschuldigung. Vergessen. Aushalten mal direkt. Nein, der ist da unten. Da müssen wir durchspringen. Au. Okay, danke. Ich würde durchspringen. Oh, scheiße. Komm mal raus. Da ist Kamera. Der festgewurzelt? Nein. Deswegen ist er einfach zwar nicht. Der im Stier. Watch out, guys. Das Hype ist immer noch da, Alter. Wie sieht die mich? Pass auf, Moose. Wenn du da unten springst, da ist gleich eine Kamera. Beim Raputmachen? Nein, die ist da drinnen. Da. Ich will eigentlich drüber. Der ist festgewurzelt, ne? Nein, der bewegt sich. Der eine, ja. Der eine, ja. Der schilter nur, glaub ich nur so. Ja, okay. Sag ich doch, der bewegt sich. Der schilter nur sein Leben. Der eine ist aber festgewurzelt, glaub ich. Die sind nicht mehr festgewurzelt, Leute. Der steht seit... Anfang gleich da, ja. Oh, der ist wieder da. Ja, die bewegen sich alle. Oh fuck, ich hab vorher mein Mikrofon rausgezogen. Nein. 1600, Ben. Maybe we go there for our next big score. Ja, Nick, wollen wir? Na, warte, warte. Nein, nicht das Glas kaputt machen. Ich überlege grad noch. Nein, wir haben Kameraschleife, Schloss geknackt und die kaputt gemacht. Da ist überall. Ich krieg da keine Kameraschleife rein. Na hä, du hast immer hier unten platziert. Du kannst hier in das Haus reingehen? Ja. Du hast die immer unten so auf dem Boden platziert. Was? Janek. Na, äh, das wär ich sehen. Du bist bereit? Jo. Mache. Aber ich kann nicht fetter entschlagen, ne? Ne. Okay, alles gut. Haben super gemacht, das kann. Wo sind die alle? Äh, das guckt doch, äh, alle drei ist unten. Auf jeden Fall. Ich sehe bloß einen mit meiner Kameras und zwar der unten. Ist die drei unten. Äh, ich hab ne Schlüsselkarte, soll ich den Raum zu öffnen? Ne, 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 nehmen wir uns den auch. Okay. Da ist einer. Drei unten und einer oben. Wie läuft's denn zusammen? Fünf. 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 Okay, be careful. Wir müssen einen wieder hier hoch. Wir müssen die einen wieder hochglocken. Wir müssen die einen wieder hochglocken. Oh. Gott. Doch. Doch, der kommt hoch, nice. Ich beantworte. Okay. Du packst ein. Ich pack ein. Du packst ein. Der Boss kommt schon. Na, Moritz, packst du ein? Jo. Moritz, packst du ein? Moritz, packst du ein? Äh. Uh. Ich pack ein. Ich pack ein. Ich pack ein. Ich hab halt nicht zu viel noch. Wo ist denn? Der liegt da drin. Der liegt da drin, Moritz, hier drinne. Da kommt gleich noch einer. Pass auf, beeil dich, Moritz, bitte. Da, wo bist du? Die kommen nämlich. Kamerabot? Wo? Boos die Kamera. Kaputtgömer. Gott. Weg aus aus, Mann. Soll ich? Hab Schüsse gehören. Mit Deckung. Moritz, hörst du den in Wiedachtung oder? Nee, da drin ist einer. Ey, ich würde sagen, ich hol ihn, weil ihr noch ein bisschen machen müsst. Achtung, Moritz. Hey, kommts. Oh. Oh. Oh, machst du da keine Waffen, die gibt's? Oh, machst du da keine Waffen, die gibt's? Ah. Hier zieht euch der Pascal. Ja, kommt immer nach oben. Der war da, da oben. Na, da kommt noch raus. Was? Trotz, Nick. Ich mache. Ich hab nix mehr zum einen Seite. Ja, ich, ich mache. Ja, Max mit unserer Stütze von der anderen Seite. Wieder, weil ich ja hier nix mehr anrichten kann. Hier drüben, ne? Hm. Ja. Seht ihr eigentlich die Lichtsignale? Ja, sehen wir. Unten, es steht noch einer auf jeden Fall. Es sind noch zwei. Äh, der... Keinen Pager haben wir noch, Leute. Der andere ist auch noch unten, also der andere ist vor mir. Keine Ahnung, ich kann mich markieren, Max. Oh, ich komm da nicht hin. Der steht direkt vor mir, also unten. Na, da ist einer, da ist einer. Ja, ich seh den nicht. Ja, ich seh den. Einer wird auf jeden Fall gesehen. Ja, ich seh den noch da. Was kann aber bitte die anderen leiten bleiben? Und wie mag ich das nicht, wenn die da liegen? Ich will die da oben haben. Ja, ich auch eigentlich. Möööööööööööööööööööööööööööööö. Ich weiß nicht, der ist festgebesselt, eventuell. Ne, ne, der läuft gleich. Die sind nicht mehr festgebesselt, Moritz. Oh, Finzer. Der steht jetzt bloß seit drei Jahren schon. Steht da nur. Er trinkt Kaffee und so. Ey, jetzt über ihr genottet die, Max, meine ich. Steht da nicht. Beide, beide... Ja, den meinte ich, den unten. Den hab ich nicht gesehen. Ja, ich weiß, das ist ja schon vor Totenwinkel. Gern... Gern noch einen, äh, Sobeck snacken. Wie viel sind noch? Drei Gegner? Nein. Die beiden nur noch. Einen rotzeln wir noch weg und den anderen übernimmst du dann noch. Dann können wir jede Kamera ausschalten. Ja, okay. Wenn ihr meint, ich soll den übernehmen. Warte, der könnte... Oder lassen wir einfach leben und der Jusser soll uns jucken. Haben wir auch Probleme, oder? Max, Max wird ihn übernehmen. Oder halt einer... Das ist super, der läuft super. Der läuft. Perfekt. Warte kurz, warte kurz. Max, ich hab den anderen nicht mehr im Blick, ne? Doch, der andere ist das eine Etage da drüber. Ist auch oben. Er geht grad eventuell genau in den. Warte, Pascal. Der andere läuft gerade scheiße. Ja, stimmt. Der eine steht oben, erste Etage. Findet das Gold und wir können einen unserer eigenen kaufen. Der andere ist scheiße gelaufen, sonst hätte ich mir die noch froh. Ist der schon wieder zurückgegangen? Ich hab's ja noch nicht gesehen. Ich auch noch nicht. Also ich sehe, wo ist ein Typ oben. Sehr schön. Das ist der andere Typ nicht. Der hat mich dran. Oh, okay. Ne, genau da ist der. Ja, da ist er noch. Du rätst mit den Aushalten. Ne, ne, der geht schon. Keine Alarms. Und dieses Framing wird perfekt. Der eine steht immer noch Erstetage. Ja, ja. Der eine Sitzung muss ja unter mir. Da ist er. Beide markiert, okay. Ja, das sind noch drei. Wah. Das sind noch zwei. Das sind nur noch zwei, Max. Ich hab... Ah, ne, okay. Ne, ist okay. Ich hab Hoxhut. Ich dachte, einer hat sich noch bewegt. Ne, ne, ich hab Hoxhut, also. Oh, dankeschön für die lila Schlange. Aber die beiden wackelt, finden wir auch noch. Können wir dann so, wenn wir hier alles fertig haben. Wenn. Ich hab immer noch einen Silent Bohrer. Ja, den brauchen wir dann. So, das gibt's auch. Der geht runter, glaub ich. Der andere geht runter. Der Silent Bohrer, der sich von alleine repariert. Ach so. Andere Zeit. Der Techniker. Ich bin schwarz, ich kenn mich damit aus. Der ist wirklich lautlos. Ja, ist er. Max, siehst du einen anderen? Kannst den anderen vielleicht spotten? Ah, ah. Ähm, der andere ist eine Etage dron unter ihm. Hm, darum ja. Ich kann es spotten, aber ich kann nicht markieren, weil es halt weg ist. Okay, ihr da ist das. Der geht? Nein, der steht irgendwo in einem Totenwinkel, wo ich nicht komm noch seh, ob ich sehen soll. Komm. Guck mal auf deinen Typ, der hat sich grad umgedreht, alles gut. Ja, der soll sich mal ein bisschen mehr bewegen. Das ist das Problem. Dann könnten wir den auch wegsnecken. Der andere ist ungefähr, keine Ahnung, 5, 6 Meter schräg hinter ihm. Also diagonal. Der eine bewegt sich, ne? Der bewegt sich jetzt. Der andere? Immer noch, immer noch nicht. Der könnte... Ja, der geht runter. Runter gehen. Der andere ist immer noch da. Ich hole noch meine. Nice wäre es natürlich, wenn beide jetzt aufs Dach kommen würden. Dann könnten wir einer schießen und Max übernimmt einen. Also dann. Also wir schieben einen, dann kommt der andere auf. Wie übernimmt Max den eigentlich? Max schreit die einfach nur an. Die Frage, ob ich ihn erst anschießen muss einmal und dann übernehme? Ich schieße sich halt einmal ins Bein, Max. Also der eine lebt noch. Also der ist immer noch da unten, steht dann live. Ja, der kommt hier hoch. Ja, der kommt hier hoch. Ja. Der ist doch nicht hoch, komm. Okay. Mach es Licht an, wenn er sich wegbewegt. Er kommt hoch. Ja, ich guck auf Moritz. Er kommt hoch. Er bewegt dich, bewegt dich. Er ist in die Tür reingegangen. Ich sehe ihn nicht mehr. Max, vielleicht ist es du jetzt wieder. Pass auf. Ich guck mal, ob ich eine Kamera aufbauen. Das ist da. Pascal, ich schieße erst mal. Ich mache es. Jo. Wie gesagt, der andere ist weggegangen. Ich weiß nicht, wo der ist. Der war in der Erde. Ja. Ich gucke jetzt nur auf den, ja? Jo. Der ist ja nur noch der, oder? Ja, ja. Warte mal so. Ich spiele noch. Ich spiele noch. Ich spiele noch. Ich spiele noch. Danke. Wo ist der andere Spitz? Der steht da. Da ist, ich kann das dir beschreiben, wo der ist. Da ist die Tür, wo du aufmachen kannst die Tür. Hm. Und das auch, aber auch ein Laptop. Ja, den wollten wir auch. Ja, weil ich sehe ja so zum Beispiel auch normale Sachen mit dem Perk. Hm. Also zum Beispiel Laptops und sowas halt. Zum Beispiel. Bestimmt einen Raum. Was willst du? Dann nimm's dir! Das ist da nicht! Oh, was ist der mit... Deiner! Klatsch! Mann, alter! Max, sag mal, wenn der sich bewegt, bitte! Oh, ja, der bewegt sich nicht! Der guckt gerade seine Schuhe an! Oh, oh, oh! Oh, er steht gespreizt da! Ich kann in der Türs halt jetzt auch machen, nur so, ne? Ne, Moritz, ne! Ne, 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 warte! Pass auf! Ne, der bewegt sich nicht! Pass auf, Leute! Komm nach oben! Er geht nach oben! Nein! Nein! Doch! Doch! Er kommt nach oben! Muss Max den nicht übernehmen? Ne, warte, wir probieren's erstmal! Ich hab ihn ganz kurz markiert! Oh Gott! Hier ist Glas! Das ist... Er kommt! Er kommt zu mir! Oder ja! Oder? Ja, ne, oder? Doch! Oder? Ja, doch, 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 ja, doch! Er kommt, er kommt zu mir! Er kommt raus! Er kommt raus! Oder? Kann's probieren, aber halt... Das ist halt ne... Sehr geringe Wahrscheinlichkeit! Er kommt, er kommt komplett raus! Ja, dann ist jetzt super! Hol ihn dir! Ja! Was darfst du das, Max? Aber es ist halt die Frage, ob es geht, ja? So? Hm? Ich bin bei Moritz, hier aber wo ist der? Der war hier unten! Hier unten! Oder wir probieren nicht zu ihm umgehen! Wollen wir nicht wieder auf einen Besuch zu umgehen? Ja, also... Weiß halt nicht, ob's wirklich geht, ja? Nachher geht's nicht, und dann... Ja, doch! Hä? Wir können's da probieren, wenn wir fast alle Gangstellen oder so haben! Nein, die Mission geht noch viel weiter, Max! So, die geht noch weiter! Naja, wir müssen noch... Den Dings... Oh, sag doch, dass er reingekommen ist! Sag dir doch, dass er reingekommen ist! Sag dir, dass er reingekommen ist! Der ist drinnen! Ich geh wieder in die Kameras! Uh, ich habe hier unten so ein kleines Versteck wo kein��고 einer hin kommen... Oh, wie weit geht die Missioner noch? Wir müssen doch noch.... Oh, NEU!!! Probieren wir's oder was hast du noch den Patcher? Ah, jetzt ist es zu spät. Ach, mit YouTube. Du weißt, du weißt, was deine Aufgabe ist? Ja. Ich habe mir eine Pro90 mitgenommen, weil ich wusste, dass ich irgendwas verkacke. Wen hat der jetzt eigentlich gesehen? Nö, ich. Ach geil, einen Moritz. Ich wollte ihn gar nicht markieren, aber er wollte es nicht markieren lassen, das steht nicht so. Freunde. Ich bleibe beim Computer, okay? Ja. Pass auf. Oh Gott, ein paar Kalbchen, der schluckst du drin. Ich weiß nicht, was los mit denen ist. Warte, das reicht schon. Oh, Cloaker. Cloaker down. Mach er. Ja. Ach. Ey, wir müssen uns bei irgendeinem immer sicher sein, ob das geht und dann noch was machen. Alles gut. Warum stand ich noch drauf? Wir müssen jetzt probieren, eigentlich die Stromkästen abzukämpfen. Äh, ich bin bei einem. Wollt's hier einer? Hier ist auch einer, oder? Ich bin auch bei einem. Ich bin, ich bin hier. Gut, wenn ihr beide bei denen seid, ich doch nur teer. Wenn ich geh zu Moritz, dann Moritz ein bisschen Hilfe braucht. Max, sagst du einfach da beim Computer. Oh, die Leute. Oh, der kommt rein. Ja, die kann auch rumlaufen. Fuck. Die war, alles gut. Ich bin so ein bisschen runtergefallen. Max, komm zu Kraft. Na ja, ich schlag den Kraft mit meinem Geld. Na, na, na. Na, na. Na, na. Ich dodge die ja, stimmt's. Haha. Okay. Ist da. Okay. Äh, Licht. Von der anderen Seite ist, äh, der Ding. Da ist es. Ja. Na, mein Stromkasten ist sicher eigentlich. Bei mir geht's so. Ich bin halt echt, ich hab echt, ich hab keine Rüstung halt. Ja. Bleib mir einfach mal näher, dann regelt sich etwas schneller. Guckst du da, dann die Tür, ich guck hier. Dann kann ich den... Oh, Klo kam bei mir. Gehst du fast, Moritz? Ah, ja, schlag doch gleich. Ja. Tief. 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 Ja. Wie wäre ich denn hier aus? Hast du ihn gerade mit deinem Geld zusammengeschlagen? Ja. Okay. Ich hab da voll gut kommen. Ja, ja. Klaukarmessern. Die Jungs soll zusammenschlagen oder so. Ja, ja. Ja, ja. Ja, von wo denn alles, Alter? Ja. Wohnzimmer sind viele. Hmm. Viele sind in der Trin, ich hab Headshots verteilt. Und ich, halt nur. Ja, du vermachst, Lolle. Dischöööön. Du musst jetzt aber ein bisschen im Löffel, ey. Du musst noch einen Good-Schneiser minimilieren. Ja, ich muss nachladen. Siehst du einen Chopper, Yannick? Hä? Siehst du einen Chopper da hinten? Ja. Oh, bei mir ist was los, bei mir ist es los, bei mir ist es los! Mal wieder cryptisch nachladen. Aufpassen hier nicht. Alles gut. Oh, what the fuck. Nachladen. Oh Gott, ich muss eigentlich voll dringend auf Klo, ne? Mein Problem ist, ich hab keine Muni mehr. Soll ich keine Muni passen? Nee. Nee. Und ich bin dauernd. Dann muss ich den ICM mitnehmen. Gehst du, Moritz? Ja. Mir wird schon aufgeheuert, achso, ich weiß nicht, jetzt haben wir was. Ah, keine Muni bekommen. Ja, danke, schön. Ah, hinter dir. Nein. Bei mir ist alles safe. Ja, seitdem die dich nicht gesehen haben, ist alles in Ordnung. Äh, äh. Stoker. Wo? Der war halt kurz markiert. Deswegen hab ich ihn gesehen. Sieben. Ich hab noch sieben Schuss. Deine Zweite war auf dem Platz nicht. Ich hab nur meine Pisteln mit. Ja. 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 Auflösch, schüss. 60. Oh Gott, pass auf, von Moritz, von da kommt ein bisschen was. Soll ich schnell helfen? Kann man danach. Geh weg, geh weg, geh weg. Warte, ganz kurz, deine MP auch. Ähm, ja, meine Granate hat mich gerade selber gezählt, Moritz. Bitte helfen. Gehen wir. Dann sind die Polizei vorstoß. Das ist ja ununterbrochen Polizei vorstoß. Oh Gott, unten ist höllelos. Ja klar ist unten höllelos. Oh Gott, ich kriege das noch. Wir haben uns gleich mit dem Hängen fertig. Warte, willst du regenerieren? Ich komm jetzt von oben, Moritz, komm von oben. 20 Sekunden, aber jetzt geht's ja selber. Jetzt geht's ja selber. Okay, jetzt hab ich gar keine Minuten. Auch nicht auf den Zweiträuber. Hälter, Moritz. Hälter, Hälter, Hälter. Nein, lass doch mal. Jetzt ist operant. Leute, kommt mal bitte ganz, ist egal. Ich geh, ich geh, Max. Ich geh, Max. Die beiden. Drei. 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 Vier. Vier. Wo fast er ist mit? Wo. Wo wo is' wo hin? Wo is' wo hin? Wo is' wo hin? Warte. Wees mal nach oben. So, das ist ja hin. Das tut's ja, das Helikopter ist gleich da. Das kommt schon hier oben an, oder? Das weiß ich jetzt gerade so nicht. Wir hauen einfach ab, scheiß okay. weiter wir hauen einfach ab, Leute! Scheiß auf Geld! einfach nur geschafft! Na hier oben, Max! einfach nur aufhauen würde, gerne! Nice! Schön gemacht! Oh man! Wird's ganz schön sein! Ja! oh, mit Pupps... willst du noch einen Aufdruck auf Schwellern? Dann hab ich alle! Ja, ne? Warten, überhaupt! Warten! 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 Waren mit Kopf, issa... Oma, ne, 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 ne... that, we are! Ah, ich nicht! Oh, ne Maske! Der völlig Fremde! So Leute, das war's von dieser Folge Paddle Wir sehen uns bei der nächsten Dann sag ich Tschüss Tschüss